Willst du mich verarschen? Der Klops wird mindestens 600 Pfund, den kriegen wir nicht mit einer Decke angerufen. Hast du eine bessere Idee, Einstein? Ja, wir rollen ihn einfach runter. Wieso? Der ist schon tot, der fühlt nichts mehr. Wie kann man nur so fett sein? Wenn wir ihn vom Bett runterrollen, kracht er durch den Boden und wir mit ihm. Seid ihr soweit? Und eins, zwei, anheben! Oh, oh, oh! Kommt, Männer! Hey, du bist doch der Bodenexperte. Ich war's nicht. Dann war's Riley. Hey, ich war's auch nicht. Ich war's nicht. Sagen bloß Tote keinen Furzen. Na klar, nach dem Tod entwickeln sich ein Haufen Gase. Aber ein Tote hat seinen Arsch nicht mehr unter Kontrolle, deswegen kann er auch keinen voranlassen. Den bewegst, furzt er. Das ist auch... Hast du seinen Leistenpuls abgetastet? Nein. Er hatte sich vollgepinkelt. Hey, ich hab Tote schon stöhnen, ächzen und zischen hören und einige haben sich sogar noch mal aufgerichtet. Glaub mir, die Haut ist kalt, die Pupillen sind lichtstarr. Er atmet. Er hat einen Puls. Unmöglich. Ich brauch einen Ambo-Beuten und einen EKG. Er ist schwach, aber da. Also in den Kopf. Ihm fertig. Eins, zwei, anheben. 46-jähriger Patient im Koma. Er scheint keine akuten Beschwerden zu haben, außer der Tatsache, dass er über 600 Pfund wiegt. Wann ist Haus sonst immer hier? Irgendwann zwischen 8 und 10. Sagten Sie 600? Mindestens. Die größte Waage, die wir haben, geht nur bis 350, aber sein Teilchenumfang ist über zwei Meter. Das bedeutet, der Mann ist Diabetiker mit dickerem Blut als ein Pfannkuchenteig. Der Blutzucker ist normal, Cholesterin ist niedriger als meins, Tox-Screen negativ, keine Anzeichen für einen Trauma. Und das war kein Fehler des Labors? Nein, kein Fehler. Es ist schon fast elf. Wo ist Haus? Wo ist Haus? Excusi-moi, Garçon. Hallo. Es ist elf Uhr. Mein Freund hier ist fällig für eine Ganzkörperwaschung und ich muss weg. Hey, Goma Pile. Ich weiß, dass Sie mich hören. Sie meinten wohl Barney Five. Es gibt viele große Idioten-Ikonen zur Auswahl. Es werden Ihnen sicher noch mehr einfallen. Klagen Sie mich an oder lassen Sie mich gehen. Kein Problem. Was hätten Sie lieber? Keine Auffälligkeit im EEG oder im Neurostatus. Ich tippe auf ernährungsbedingt. Falsch zubereiteter Kugelfisch kann Toxine enthalten, die einen Koma verursachen und sich nicht im Tox-Screen zeigen. Wo denkst du, ist er? Wahrscheinlich auf der Rennbahn. Wenn er da wäre, hätte er es uns gesagt, damit wir ihn nicht anpiepen. Und wenn es ein Kugelfisch wäre, wäre er nach acht Stunden tot gewesen. Aber der Mann ist seit einem Tag komatös. Die 600 Pfund hätte er sich mit Sicherheit nicht mit Sushi angefressen. Und wenn er einen Motorradunfall hatte? Wie eine Erklärung fürs Koma. Aber wie kam er wieder ins Bett? Ach so, Cameron redet von Haus. Hast du schon mal gesehen, wie er fährt? Nein, wir nicht. Aber ich habe gesehen, wie viele Pillen der Mann schluckt. Es würde mich nicht wundern, wenn er selbst im Koma liegt. Wenn dem so wäre, wäre das hier eine lahme Halluzination. Wo waren Sie denn? Falls Sie je mit dem Cambridge-Frauenachter in einer Bar landen, lassen Sie sich nie zu einem Upside-Down-Kamikaze-Shot einladen. Wir haben einen Fall. Fetzag im Koma, ich weiß. Hat die Sie gefunden? Nein, aber die Wand zwischen Wilsons Büro und meinem ist dünner, als Sie denken. Das heißt, wir sollten nicht mehr darüber reden, was für ein Loser er ist. Leiten Sie bei Jabber eine Pickwick-Syndrom-Therapie ein. Seine 96 Schwimmringe verursachen wahrscheinlich Druck auf den Thorax, deswegen Erstickungsgefahr. CO2 und Sauerstoffsättigung normal. Für Sie und mich, was ist normal bei einem Nilpferd? Erstellen Sie eine vollständige Anamnese. Wie soll das gehen? Er wurde allein eingeliefert. Ich bezweifle, dass einer, der 600 Pfund wiegt, sich regelmäßig untersuchen lässt. Fragen Sie die Nachbarn und suchen Sie die Wohnung. Wollen mal sehen, was Bruder noch gemacht hat, außer fressen. Die Unterhaltung ist beendet, weil mir keine cleveren Sachen mehr einfallen. Das ist kaum zu fassen, wie viel Fleisch an einem menschlichen Skelett sitzen kann. Hängen wäre wohl der treffendere Ausdruck. Ist doch grotesk. Da frisst sich jemand bis zur Besinnungslosigkeit voll und dann erwartet er von uns, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen und ihn wieder auf die Beine stellen. Was sollen wir sonst tun? Jedem Adipösen die Behandlung verweigern? Hör schon auf, der hier ist nicht adipös. Er ist noch nicht mal morbid adipös. Er ist suizidal. Auch die werden behandelt. Scheiße. Aber so mancher Diabetiker nicht. Drogenabhängige kriegen keine Dialyse und Alkoholiker keine Lebertransplantation. Was ist dein Problem? Wurdest du mal als Kind von irgendwelchen fetten Kindern verprügelt? Ja. Ich hab ein Problem mit Fetten. Tja, ich glaube sein Schlafzimmer ist da hinten und die Küche ist da vorn links. Sind Ihnen irgendwelche Veränderungen aufgefallen, sowas wie Gleichgewichtsstörung? Nein, aber ich sehe ihn wirklich nicht sehr oft. Er ist nicht unfreundlich oder so. Ich denke nur, er ist gern für sich allein. Ich glaube, seine Ersatzschlüssel hat er mir nur gegeben, weil ich ihm meine gegeben habe. Was ist? Irgendwie erinnert mich das hier an jemanden, den ich kenne und der ist unfreundlich. Hat George einen Job? Er hat eine Headhunting-Firma, die er von zu Hause aus leitet. Ab und zu interviewt er Leute hier, doch meistens macht er das übers Telefon. Wow. Ja, er ist ein leidenschaftlicher Koch und natürlich auch Esser. Vier ginge Feinschmeckermenüs, fast jeden Abend. Manchmal sogar mittags. Wissen Sie, ob er ab und zu Roligkäse oder Wildgeflügel isst? Ich bin nicht sicher. Er kriegt alle Lebensmittel von dem Supermarkt an der Avenue gediefert. Die müssten es wissen. Hat er Freunde? Nein. Ich meine, manchmal kommen Frauen vorbei. Jung, attraktiv. Jedes Mal der andere. Sie wissen, was ich meine. Verstehe. Nicht viele Frauen wollen sowas wie ihn haben. Das geht nicht. Der einzige Körperteil, den wir in die Röhre kriegen müssen, ist sein Kopf. Er muss also nur auf den Tisch. Wenn wir ihn auf den Tisch hieven, bricht er zusammen. Das kostet das Krankenhaus eine Million Dollar. Und wir sind unseren Job los. Das Belastungslimit ist bestimmt nur ein Schätzwert. Wenn das Ding 450 Pfund aushält, wird es bei 451 nicht leicht zusammenbrechen. Er liegt nicht ein Pfund drüber, sondern 150 Pfund drüber. Ich weiß. Er verdient trotzdem die gleiche Behandlung wie jeder andere. Hast du wirklich die Kiste beharrt auf Prinzipien? Helft ihr mir jetzt oder nicht? Wie viel wiegt dieser Typ? 440. Sieht noch viel mehr aus. Das sieht nur so aus. Okay, fertig? Eins, zwei, drei. Keine Mittellinienverlagerung, keine Blutungen, Gerinnsel oder Infarkt. Ich sehe auch keine Ödeme. Und was machen wir jetzt? Eine LP. Auch wenn es keine Geschlechtskrankheit ist, das Fieber deutet auf irgendeine Art Infektion. Glaubst du, eine LP ist bei so einer Person überhaupt machbar? Also ich nicht. Was? Du musst die Lendenwirbel erstmal tasten können. Wir könnten eine Fluoroskopie einsetzen. Er würde trotzdem nicht die Knie anziehen und den Rücken krümmen können, damit der Abstand zwischen... Keine Angst, wir sind in Kraft hier raus. Keine Panik, schau. Bleiben Sie ruhig. Ein in die Schaust. Ich versuch's ja. Gut, mach's schon. Wir holen Sie hier raus. Oh, Gott, mach's schon. Oh, Gott! Oh, Gott! Bis zum nächsten Mal.